Sitzung 12 Die Heilung von Krebstumoren und krebshaften Zellen Du bist nun bereit, vollständig geheilt zu werden. Dein Unterbewusstsein öffnet sich zur vollständigen Heilung, veranlasst durch meine Stimme und es liebt es, meiner Stimme die ganze Zeit zu folgen. Kreiere das Bild der perfekten Gesundheit, Harmonie, Freude und Vitalität. Das ist die Zukunft, die auf dich zukommt, jeden Tag, mehr und mehr. Sage es sanft, aber mit Überzeugung in dir selbst. Ich bin bereit, geheilt zu werden. Jetzt. Ich verdiene es, geheilt zu werden. Jetzt. Ich erwarte und heiße die Heilung willkommen. Jetzt. Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, geheilt zu werden. Jetzt. Ich wirke aktiv bei meiner Heilung mit. Jetzt. Ich bin es wert, komplett geheilt zu werden. Jetzt. Mein Geist und all mein Wesen arbeitet bei meiner Heilung mit. Jetzt. Ich erlaube mir Heilung. Liebe und Überfluss in meinem Leben. Jetzt. Ich verdiene und bin es wert, komplett geheilt zu werden. Ich verdiene und bin es wert, komplett geheilt zu werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fühle die Kraft deiner Gedanken Und deine Absicht aktiviert junge, vitale und gesunde Zellen, um deinen Körper zu verjüngen Und es löst kraftvolle Wellen der Heilung durch deinen Körper aus Jeden Tag stärker, gesünder, vitaler und beständiger Wie ein Baum, dessen Wurzeln Tag für Tag immer tiefer in die Erde wachsen Der dabei immer stärker, gesünder, vitaler und stabiler wird Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist jetzt an der Zeit für die Heilung Du bist bereit, um dich zu entspannen Und du gibst deinem Körper die Erlaubnis zu heilen Und alle Behandlungen, die du von deinen Ärzten bekommen hast, zu befolgen Dein Körper wird sich erholen, so wie du tiefer und tiefer entspannst Von allen Krankheiten Allen Chemikalien Allen Operationen Allen Behandlungen Einschließlich Chemotherapie Und dein Körper wird sich entspannen und gleichzeitig heilen Und dein Körper wird sich erholen, so wie du tiefer und tiefer und tiefer Und dein Körper wird sich erholen, so wie du tiefer und tiefer und tiefer und tiefer深 Wenn du mich 1 bis 10 zählen hörst, gehst du tiefer und tiefer in einen entspannten und heilenden Alpha-Zustand und hast ein völlig offenes Unterbewusstsein. Wenn wir die 10 erreicht haben, bist du völlig entspannt. Und dein Körper und Immunsystem sind zu 100% aktiv in der Heilung, der Regenerierung, der Ausgleichung, der Verjüngung, der Wiederherstellung, der Revitalisierung und Entgiftung. Bei 10 bist du zu 100% vertraut und überzeugt, dass Heilung zu 100% möglich ist. Und du bist nochmal so offen, zu 100% geheilt zu werden. Dein Geist ist maximal aktiviert, um deinen Körper zu heilen. 10. Du bist zu 100% überzeugt, dass Heilung leicht und natürlich für dich ist. Alle Zweifel, alle Ängste, alle Sorgen, aller Ärger sind zu 100% verschwunden und durch heilende Energie ersetzt. Jedes Mal, wenn du diese oder eine andere Sitzung hörst, wird es leichter für dich zu entspannen. Entspanne dich und gehe tiefer in die Heilung hinein. Jedes Mal, wenn du meine Stimme hörst, wird die Heilung leichter und immer kraftvoller und geht schneller und tiefer, bis dein Körper, Geist und Seele vollkommen geheilt sind. Jedes Mal, wenn du meine Stimme zuhörst und mich 1 bis 10 zählen hörst oder ich die Farbe Rot erwähne, wird dein Körper noch mehr aktiviert, um sich zu heilen und wieder vollständig in Ordnung zu sein. Mit Anmut, Leichtigkeit und Freude. 1. Entspanne und sieh dich selbst in vollkommener Freude, Gesundheit und Vitalität. 2. Öffne dein Unterbewusstsein und erlaube deinem kritischen Verstand zu entspannen und zu schlafen, während dein Unterbewusstsein alles, was ich sage, aufnimmt. Mehr und mehr. 3. Kreiere ein neues Selbstbild und Identität des Erfolges, Gesundheit und Wohlfühlens. Mit Anmut, Leichtigkeit und Freude. 4. Du gehst tiefer in den heilenden Raum in dir, wo du dich regenerieren, verjüngen, entgiften und dein kraftvolles, authentisches Selbst wiedererwachen siehst. 5. Jedes Mal, wenn du die Farbe Rot siehst oder Rot deine Andacht findet, aktiviert dein Körper, dein Nervensystem und Immunsystem sogar noch mehr und geht schneller in die Heilung, Regeneration und Entgiftung. 6. Rot gibt dir ein großartiges Gefühl der Freude, des Erfolgs und der Entspannung, 100% offen zu sein, vollständig und dauerhaft geheilt zu werden. 7. Rot gibt dir die Gewissheit, dass vollständige Heilung möglich ist und dass du nicht weniger akzeptierst als vollständige Heilung. 8. Du bist positiv getriggert von der Farbe Rot und der Zahl 10, um zu heilen, fröhlich zu sein, gesund, spielerisch und vital zu sein. 9. Du bist nun tiefer als in der letzten Sitzung, fühlst dich noch besser, viel gesünder, vitaler, erinnerst dich, wie du sein möchtest. 10. Dein Körper ist nun 100% aktiviert, um zu heilen. 11. Und wohl zu sein. 10. Das wird wieder ausgelöst, jedes Mal, wenn du Rot oder 10 siehst oder hörst. 11. Stärker und stärker. 11. Jedes Mal, wenn du meiner Stimme zuhörst. Amen. Amen. Ich werde von 1 bis 10 zählen. Bei 10 spreche ich direkt zu deinem Regulator. Das ist der Teil deines Unterbewusstseins, der alles in deinem gesamten autonomen Nervensystem regelt. Bei 10 bist du ganz entspannt und ganz offen. Dein Immunsystem ist ganz aufgeladen und kämpferisch, bereit, um alle schlechten Zellen in die Farbe Rot aufzulösen. Mit jeder Zahl entspannst du mehr und gehst tiefer in die Heilung. Mehr Heilung und alle schlechten Zellen lösen sich auf in die Farbe Rot und verschwinden ganz. Sehe, wie es jetzt passiert. Jedes Mal, wenn du diese Sitzung hörst oder meine Stimme oder die Farbe Rot siehst oder die Zahl 10 hörst oder die Zahl 10 siehst, wird dein Körper mehr heilen und stärker werden. Du magst es, zuzuhören und mehr zu heilen. Du machst es so oft du kannst. Jeden Tag gehst du tiefer und tiefer. Du liebst es, diese Heilungssitzung zu hören, um noch mehr Heilung zu erfahren. Dein autonomes Nervensystem, dein Regulator und dein innerer Heiler arbeiten mit dir zusammen als eine Einheit. Ich werde von 1 bis 10 zählen. Dabei werden sie noch besser zusammenarbeiten. Alle Teile deines Unterbewusstseins arbeiten zusammen. Auch die Teile, die Angst haben. Selbst die Teile, die glauben, dass es okay ist, krank zu sein, werden jetzt anfangen, ihre Glaubensüberzeugung zu ändern. Und sehen ein, dass du Hilfe brauchst, um schneller und schneller zu heilen. Es gibt immer eine Chance. Du willst dir jetzt ein Kämpfer zu sein und kein Opfer. Du bist ein Sieger. Du gibst alles. Es ist dein höchstes Ziel. 1. Öffne deinen Geist dafür, dass eine vollständige Heilung möglich ist. 2. Du kannst vollkommen heilen. Sag es dir selbst. Ich kann vollkommen heilen. Siehe dieses Bild stärker und stärker. In allen Farben. Voller Leben. Voller Emotionen. Heilung. Und du gehst tiefer ein in Frieden. Und du kannst alles akzeptieren, was nun mal ist. Heilung. Deine Füße sind entspannt. Und du gehst tiefer und heilst mehr. Du begrüßt alle Möglichkeiten in Frieden. Und bist bereit für deine Heilung. Und um tiefer zu gehen. 3. Und tiefer. Deine Beine sind entspannt. Und dein Geist öffnet sich für die Heilung. Und geht weiter in die Zukunft. Wo du dich selber ganz geheilt siehst. Glücklich und gesund. Siehe es. Fühle es. Höre es. Tiefer und tiefer in die Heilung. Und Gesundheit. Begrüße Gesundheit und Vitalität. Und du weißt, dass du es verdienst. 4. Tiefer und tiefer begrüßt du deine Gesundheit. Du fühlst, dass dein Immunsystem stärker wird und aggressiver. Und jedes Mal, wenn du die Farbe rot siehst, wird das noch stärker. Wie bei einem Stier, der verrückt wird, wenn er die Farbe rot sieht. Angreifend und alle schlechten Zellen vernichtend. Dein Bauch ist entspannt und wird gefüllt mit der Farbe rot. Deine Beine und Füße sind rot. Dein Immunsystem wird erfrischt und aufgeladen. Alle Knochen sind rot. Alle Muskeln sind rot. Entspannt und stärker. Bereit für rote Heilung. 5. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind entspannt und füllen sich mit heilender roter Farbe. Stark und stärker. Tief und tiefer. 6. Jedes Mal, wenn du diese Sitzung anhörst, wirst du tiefer und tiefer eingehen in die heilende Farbe rot und in die Heilung. Fühle es. Dein Brustkörper, deine Lungen und dein Herz sind gefüllt mit heilender roter Farbe. Stärker und stärker. Mit jedem Herzschlag stärker und tiefer. Du hörst jetzt nur noch meine Stimme und siehst die heilende rote Farbe. 7. Du bist jetzt bereit, um deinen Körper von allen Krankheiten zu heilen. Lasse los. Es gibt keinen Grund, um krank zu sein und die kranken Zellen festzuhalten. Lasse sie jetzt gehen. Komplett. Dein Nacken und die Schultern sind entspannt. Die Farbe rot heilt auch hier. Entspannt. Lasse los. Tiefer und tiefer. 8. Rot überall. Es füllt deine Arme und heilt deinen Körper. Jede Zelle ist rot. Rot füllt dich auf mit Heilung, während du tiefer und tiefer gehst. Jedes Mal, wenn du zuhörst, mehr Heilung. Und du liebst es zuzuhören. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen gehen jetzt. Lösen sich jetzt auf in die Farbe rot. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen gehen jetzt. Lösen sich jetzt auf in die Farbe rot. Lösen sich jetzt auf in die Farbe rot. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen gehen jetzt. Lösen sich jetzt auf in die Farbe rot. Alles aufgelöst. Tiefer und tiefer. Fühle es. Du verdienst es. Du bist bereit, um es für immer loszulassen. Es gibt keinen Grund mehr, um krank zu sein. Keine Überzeugungen mehr, die dich blockieren. Dein ganzer Kopf und dein Gesicht sind entspannt. Noch tiefer. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind jetzt weg. Aufgelöst in die Farbe rot. Neun. Jedes Mal, wenn du dir diese Heilungssitzung anhörst, wirst du tiefer und tiefer gehen. Jetzt ist es an der Zeit zu entspannen. Lasse los. Lasse los und entspanne dich. Fühle dich entspannt und friedlich. Bereit, um alles anzupacken und die Heilung, die jetzt kommt, zu akzeptieren. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind jetzt weg. Aufgelöst in die Farbe rot. Zehn. Du bist deiner Heilung würdig und du findest Frieden in dir selbst, mit allem, was jetzt in deinem Leben passiert. Ich spreche jetzt direkt zu deinem Unterbewusstsein. Ob du einschläfst oder nicht, dein Unterbewusstsein wird mich hören und auf jedes Wort, was ich sage, reagieren. Fange an, dir vorzustellen, dass die Sonne scheint und die Temperatur ist gerade richtig. Du kannst es dir auswählen, ob du im Schatten oder in der Sonne bist. Du kannst sitzen oder dich hinlegen. Oder du bist in einem Meer der Entspannung. Du entspannst dich mehr und mehr. Fühle, wie dein Körper schwerer und schwerer wird. Du fühlst dich großartig. Alle deine Sorgen werden von dem Meer weggewaschen. Du fühlst dich vollkommen entspannt. Entspanne und lasse zu, dass du tiefer in die wunderbare Welt deines Geistes eintrittst. Dein Geist lädt dich ein in diese wunderbare Welt. Jedes Mal, wenn du diese Entspannungsübung lauscht, wird es für dich einfacher, die Kräfte deines Geistes zu öffnen. Und du wirst stärker und gesünder. Von jetzt an, jeden Tag, wirst du besser im Gebrauch deiner Geisteskräfte, um dich selber zu heilen auf allen Ebenen. Körperlich, emotional, mental und spirituell. Ja, das stimmt. Du programmierst dich jetzt auf allen Ebenen, um deinen Geist zu meistern. Um noch gesünder zu werden, mehr Energie zu haben und mehr Erfolg. Wie der Ozean, der immer wieder kommt, unaufhaltsam, wie die Flüsse, die in den Ozean strömen, wie der Regen, der die Flüsse formt, bist du in einem niemals endenden Zyklus der Verbesserung. Der Zyklus des Wachstums. Du kannst dich jetzt entspannen. Es gibt nichts, was du tun musst. Nur dich in Entspannung bringen. Tiefer und tiefer. So wie der Fluss seinen Weg zum Ozean findet. Niemals endend wirst du tiefer und tiefer in deine Geisteswelt hineingezogen. Wiederhole jetzt mit mir folgende Zeilen. Du musst es nicht laut wiederholen. Du kannst es nur in dir selbst wiederholen. Wiederhole. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Wiederhole mit Nachdruck und Überzeugung. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Ja, nochmal. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Okay, fühle es nun überall. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Fühle es in deinem Herzen. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Fühle es nun in deinem Gehirn. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Und ich genieße den Prozess, wieder vital und gesund zu werden. Fühle es in deiner DNS. Es. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich geniesse den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es in jeder Zelle. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich geniesse den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es in deinem Körper vibrieren. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich geniesse den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es überall vibrieren. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich geniesse den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es in deinen Lungen. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es überall in deinem Körper. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es an allen Stellen, wo du krank bist. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es überall in deinem Nervensystem vibrieren. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es jetzt überall vital. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Noch einmal. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Siehe es. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Fühle es tief in deinem Kopf. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Sei nun überzeugt davon. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Das bist du. Ich heile und werde jeden Tag besser darin. Ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Noch einmal. Ich heile und werde jeden Tag besser darin und ich genieße den Prozess wieder vital und gesund zu werden. Wiederhole es immer wieder. Sieh es, fühl es und erwarte es. Wiederhole es. Ich verdiene es. Ich will es. Und ich bin bereit. Stelle dir vor, dass es in dir einen Platz gibt, wo du einen Teil von dir triffst, der die Kontrolle über deinen Körper, deine Gesundheit und deine Energie hat. Lass uns zusammen zu diesem Ort reisen und dem Teil von dir, den wir die innere Heilerin nennen. In ein paar Augenblicken werden wir jetzt die innere Heilerin begrüßen, diejenige, die alle Prozesse deines Körpers in deinem autonomen Nervensystem reguliert und kontrolliert. Du begreifst jetzt, dass dies ein sehr kraftvoller Teil von dir ist. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jeder lernen kann, seine Heilung zu kontrollieren und zu beschleunigen, den Körper zu stärken und durch den Geist zu trainieren. Jetzt wirst du lernen, wie du deiner inneren Heilerin sagst, was du willst und was sie tun soll. Jeden Tag meisterst du es mehr und mehr. Jedes Mal, wenn du diese Sitzung anhörst, wirst du darin besser und besser, bis du vollständige Kontrolle hast. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen lösen sich jetzt in die Farbe Rot auf. So, entspanne dich noch mehr. Stell dir vor, dass dein Gehirn ganz entspannt ist und sich ausruht, wie ein Bürogebäude in der Nacht. Alle sind nach Hause gegangen. Es gibt nur noch den Überwachungsdienst, der das Gebäude beschützt. Dein Gehirn ruht sich aus und wird immer langsamer und langsamer. Stell dir vor, du kannst sehen, wie die elektrische Aktivität deines Gehirns immer langsamer wird. Genauso wie ein schlafendes Baby. Elf. Fühle die Entspannung deines Gehirns. Mehr Heilung und alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Du gehst tiefer und tiefer in den Alpha-Zustand. Mehr Heilung und alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Und drei, 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 drei. Immer tiefer und tiefer in Alpha. Tiefer, als du je warst. Zwei, zwei, zwei. Und jetzt tiefer in Alpha. Genauso, als ob du gerade einschläfst. Dein Gehirn ist jetzt ganz entspannt, als ob du stundenlang meditiert hättest. Eins, eins, eins. Und du hast vollkommenen innerlichen Frieden. Im Alpha-Rhythmus, wo unser Körper geheilt wird. Regeneriert und neue Energie bekommt. Mehr Heilung nun für dich. Und alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Nur positive Zellen, nur gesunde Zellen. Das Immunsystem tut nun sein Werk. Es entfernt alle gefährlichen Zellen, die nicht länger mit dir und deinem Körper in Harmonie sind. Es kreiert mehr und mehr Frieden und Heilung in deinem Körper. Stelle dir einfach vor, wie deine weißen Blutkörperchen, wie die beste Armee der Welt, dich gegen alle Krankheiten verteidigen. Sie untersuchen jeden Teil deines Körpers und entfernen alle gefährlichen Zellen. Es macht dich immer mehr resistent gegen Krankheiten. Sie zerstören auch alle Zellen, die bösartig geworden sind und Krebs entwickeln könnten. Dein Immunsystem wird jeden Tag stärker und stärker, sodass du jeden Tag gesünder wirst. Jetzt bist du bereit, um deiner innere Heilerin zu begegnen. Gleich bist du auf einer Treppe, der dich zu einer Tür führen wird. Du bist zehn Stufen von der Tür entfernt. Beim Hinuntergehen dieser zehn Stufen wirst du tiefer entspannen. Dein Gehirn wird noch langsamer. Er geht von Alpha zu Theta in einem Rhythmus von vier Schlägen pro Sekunde. Du bist aber immer noch bewusst gegenwärtig und aufmerksam. Ich spreche jetzt direkt zu deinem Unterbewusstsein und der inneren Heilerin, die die Kontrolle über alle Prozesse in deinem Körper hat. Du wirst dir gleich begegnen, in der Kommandozentrale, gleich hinter der Tür, die vor dir ist. Nur zehn Schritte entfernt. Stelle dir vor, dass deine Gehirnaktivität schon langsamer wird. Von Alpha nach Theta. Während du den ersten Schritt tust, gehst du immer tiefer und tiefer. Du wirst von einer friedvollen und beruhigenden Erfahrung begleitet, so wie du der inneren Heilerin begegnest. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 1. Entspanne. Lasse los. Gesunde, freudvolle Zellen in deinem Körper. Schritt 2. Fühle deinen Körper sich sogar noch mehr entspannen. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 3. Fühle dein Gehirn zu mehr Gelassenheit übergehen. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 4. Du fühlst auch Frieden, Glück und völlige Ruhe. Du bist mehr entspannt als je zuvor. Mehr in Harmonie, während dein Gehirn jetzt in Täter eintritt. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 5. Alle Sorgen und Stress des Lebens scheinen fast vergessen, während du realisierst, dass es ist, wie es ist. Und? Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 6. Nun hast du Zugang zu deinem unendlichen Potenzial, das du tief in dir trägst, wo Klarheit und Selbstvertrauen ist. Vertrauen, Sicherheit, Liebe, innerliche Ruhe, Freude, Dankbarkeit für das Leben und alles, was ist. Mehr Heilung und die Kraft deiner Intuition zu folgen. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 7. Fühle nun die Gelassenheit und die Verbindung, die du mit deiner Intuition hast. Du weißt, dass du mehr bist, als du je zu sein geglaubt hast. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 8. Jetzt ist das Gehirn sehr entspannt, tiefer im Täter, als je zuvor. Du fühlst dich offen und bist dir deiner unendlichen Möglichkeiten bewusst. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 9. Während du dich immer ruhiger fühlst, wird dir durch meine Stimme, die dich zu den verborgenen Geheimnissen in dir begleitet, vollkommen bewusst, dass du mir vertrauen kannst und ich alles tun werde, um dir zu helfen, die Schlüssel zu bekommen zu Gesundheit, Vitalität, mehr Energie, Erfolg und wie du ein langes Leben in Gesundheit und Vitalität führst und behältst. Mehr Heilung. Alle schlechten Zellen sind jetzt weg, aufgelöst. Aufgelöst in die Farbe Rot. Schritt 10. Du weißt und fühlst, dass du geliebt wirst. Du wurdest geliebt, bevor du geboren wurdest. Du wirst geliebt, nachdem du geboren bist. Du bist immer geliebt. Du bist eine göttliche Kreatur. Erlaube dir somit, dass du immer mit diesem Gefühl von Liebe verbunden bleibst. Auch wenn das Leben schwer wird, Menschen dich abweisen und Kritik an dir üben. Die Liebe ist immer da. Du bist speziell und einzigartig und du erlebst das Leben auf dem einzigen Weg, wie du es nur erleben kannst. Es ist dein Leben und du weißt, dass alle Erfahrungen ein Teil von deinem Leben sind. Es macht dich stärker, auch wenn es manchmal nicht angenehm ist. Öffne die Tür und jetzt bist du in einer wunderschönen Landschaft, in der Natur, mit den schönsten Blumen, die du je gesehen hast. Du fühlst dich vollkommen sicher und willkommen. Es ist dein Heiligtum. Finde hier einen Platz, wo du dich hinsetzen kannst. Stelle deine Füße in das Wasser eines kleinen Baches. Das Wasser ist erfrischend und jetzt weißt du, dass es heilendes Wasser ist, das dein Immunsystem stärkt, um dich immer gesünder und gesünder zu machen. Fühle es, wie dein Körper erfrischt und heilt. Dein Lymphsystem ausbalanciert und zurück in die Harmonie bringt. Die Lymphdrüsen schrumpfen. Das Wasser macht sie normal und gesund. Sieh, wie alle geschwollene Lymphdrüsen wieder normal und gesund werden. Dein Körper fühlt sich gut an. Du fühlst dich jeden Tag besser und besser. Wirst immer gesünder. Die Chemotherapie ist sehr hilfreich und es ist wie Vitamine für deinen Körper. Es hilft deinen Körper zu heilen und du wirst immer kräftiger. Die Farbe Rot wird dieses Programm aktivieren und lässt dein Immunsystem noch schneller arbeiten. Jeden Tag macht es dich gesünder und gesünder. Du feierst dein Leben und akzeptierst dich selber jeden Tag mehr mit Liebe und Dankbarkeit. Jetzt siehst du deine innere Heilerin näher kommen. Sie ist wunderschön, in Weiß gekleidet und ganz heiter, kraftvoll und vital. Sie repräsentiert den Teil von dir, der dich heilen wird. Von ihren Händen kommt eine infrarote Energie. Es ist wie eine magnetische Heilungsenergie. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die infrarote Farbe, das von ihren Händen kommt. Du fühlst ihre Kraft, wie sie ihre Hände auf deinen Körper legt und anfängt, mit ihrer infraroten Kraft deine Drüsen noch mehr schrumpfen zu lassen. Jeden Tag mehr und mehr. Gesünder und vitaler. Alle Angst verschwindet und wird jetzt durch Erhabenheit und Mut ersetzt. Die innere Heilerin ist sehr nett und gefühlvoll. Sie flüstert begütigende Worte in dein Ohr, dass du okay sein wirst, dass alles am Ende gut sein wird. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind weg, aufgelöst in die infrarote Farbe, das von ihren Händen kommt. Lasse los, ergebe dich und öffne dich für die Heilung. Du bist bereit, jetzt. Öffne dich mehr und mehr. Öffne dich, gehe tiefer und tiefer. Alle deine Teile arbeiten zusammen, um zu heilen. Mehr Heilung. Alle schlechte Zellen sind weg, aufgelöst in die infrarote Farbe. Jetzt fragen wir die innere Heilerin, die Energiekanäle, die wir als Meridiane kennen, in Balance zu bringen. Dass sie frei sind von Blockaden, sodass die Energie in Balance bleibt. Tag für Tag. Es ist getan. Die Farbe Rot wird dieses Programm aktivieren und dein Immunsystem jeden Tag härter arbeiten lassen, um dich gesünder und gesünder zu machen. Feiere das Leben jeden Tag und akzeptiere dich selbst mit Liebe und Dankbarkeit. Die innere Heilerin legt jetzt letzte Hand an, alle Programme durch die Programmierung im letzten Schritt, deine DNS, dein Immunsystem, deine Seele und alle Teile deines Bewusstseins für totale Heilung und Vitalität zu aktivieren. Du wirst nicht degenerieren oder krank werden, sondern gesund und vital bleiben bis zum letzten Tag auf Erden. Jetzt ist es getan. Gratuliere. Du hast deinen Körper, deine DNS, dein Immunsystem neu programmiert. Mehr Heilung, alle schlechte Zellen sind jetzt weg, aufgelöst in die infrarote Farbe. Fühle die Befreiung von der Vergangenheit. Alles ist weg. Du lässt es los. Du vergibst. Du hast dich abgefunden mit jedem, der dir was getan hat. Lasse alles auflösen in dem Infraroten. Die Vergangenheit ist jetzt fort. Du bist frei. Frei, um ein glückliches und gesundes Leben zu leben. Bis zum letzten Tag. Frei, um zu genießen. Du kannst dich bei der inneren Heilerin für ihre Hilfe bedanken. Es ist nun an der Zeit, in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Gehe durch die Tür. Und nachdem ich von 1 bis 10 gezählt habe, wirst du aufwachen und dich voller Energie fühlen. Glücklich und gesund. Und je näher wir zu 10 kommen, desto mehr Energie und Vibration wirst du in deinem Körper spüren. Schritt 1. Du akzeptierst und liebst dich selber mehr als je zuvor. Genau wer du bist und wo du in deinem Leben stehst. Schritt 2. Du fühlst, wie die Sonne aufkommt. Langsam wird das Licht heller, genauso wie du stärker wirst in deinem Leben. Schritt 3. Es ist ein wunderschöner Sonnenaufgang, während du zu deinem Leben zurückkommst und mehr Selbstvertrauen hast als je zuvor. Die Farbe Rot wird dieses Programm aktivieren und dein Immunsystem jeden Tag besser arbeiten lassen. Es macht dich gesünder und gesünder. Feiere dein Leben und akzeptiere dich selbst jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Schritt 4. Wie die Sonne fast schon hochkommt, fühlt es sich an, als ob du rauskommst. Rauskommst, um dein Wesen in die Welt strahlen zu lassen. Schritt 5. Während du anfängst, die Energie deines Körpers zu spüren, sowie die erste Hitze der aufkommenden Sonne, wirst du vitaler, lebhafter, strahlender. Dir wird klar, dass du wie die Sonne ein Stern bist. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programm und lässt dein Immunsystem jeden Tag besser arbeiten. Es macht dich gesünder und gesünder. Feiere dein Leben und akzeptiere dich selbst jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Schritt 6. Du bist mehr entschlossen denn je zuvor, um über deinen Horizont zu steigen. Um weiterzugehen, als du je für möglich gehalten hast. Sieh dich selber wie die Sonne, die über den Horizont steigt und fühle die Verbindung zwischen euch beiden, dem steigenden Stern und die Sonne, ein anderer steigender Stern. Schritt 7. Fange an, die Sonne zu spüren, wie sie deinen Körper erleuchtet. Fühle deine Zehen, deine Füße, deine Beine, alles warm, als ob sie der Sonne bloßgestellt werden. Dein Körper erwacht und es fühlt sich voller Energie, gesünder und vitaler an. Schritt 8. Die Sonne ist jetzt ganz erschienen, klar und strahlend durch dich. Dein Körper wacht ganz auf, klar und strahlend durch deine Sonnenidentität. Dein göttliches Sonnenlicht scheint in die Welt. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programm und lässt dein Immunsystem jeden Tag besser arbeiten. Es macht dich gesünder und gesünder. Feiere dein Leben und akzeptiere dich selbst jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Schritt 9. Du fühlst dich mehr und mehr lebendig, bereit, um zurückzugehen in dein Leben, glücklich, um das Leben zu erfahren und dein göttliches Licht in diesem wunderschönen Körper in die Welt strahlen zu lassen. Schritt 10. Ganz erwacht, ganz in deinem Körper, voller Vitalität, erinnerst du dich, wer du bist. Einmalig, liebevoll, ein göttliches Wesen, das das Leben durch diesen menschlichen Körper erlebt. Willkommen zurück von deiner Reise. Komme wieder zu dir, strecke deinen Körper und atme ein paar Mal tief ein und aus. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programm und lässt dein Immunsystem jeden Tag besser arbeiten. Es macht dich gesünder und gesünder. Feiere dein Leben und akzeptiere dich selbst jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programmierungen jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programmierungen jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programmierungen zu machen. Die Farbe Rot aktiviert dieses Programmierungen jeden Tag mit Liebe und Dankbarkeit. Untertitelung des ZDF, 2020